hallo und herzlich willkommen liebe minecraft freunde ich bin sie der mal jahre minecrafter oder burstet oder michi wie man mich halt nennen will und nach sechs monaten denkt ihr euch ist eigentlich wieder zurück und ja ich möchte jetzt einfach mal euren also eure aufmerksamkeit und eure aktivität zu diesem oder zu mir halt testen also schreibt einfach mal einen commie mit einem punkt meinetwegen in oder unter dieses video damit ich sehe wie viele überhaupt noch aktiv sind auf diesem kanal weil dieser kanal ist wirklich erfolgreich geworden also mit 850.000 upload aufrufen möchte ich den nicht einfach so hinschmeißen deswegen will ich einfach eure aktivität testen also bitte macht mit schreibt einen kommentar unter wenn ihr grad hier seid damit ich weiß dass ihr das geschaut habt und vielleicht auch einen like so kann ich es nämlich auch sehen wenn ich das liebe ist aber einfach irgendwas davon also kommis ist besser aber ja macht einfach was ihr wollt und vielleicht also wenn genug zuschauer das und so 20 stück oder so das wäre echt geil also 20 verschieden natürlich nicht jetzt einer der wo 20 kommentare macht das natürlich nix ja wenn da dementsprechend dementsprechend genügend kommentare sind und die auch gut sind dass ich auch weitermachen soll dann mache ich auch weiter mit let's plays oder so ja also in der zwischenzeit habe ich jetzt immer bei dem kanal bürste 98 98 videos hochgeladen und gemacht und ja ich habe schon viele kanäle geöffnet ja ich bin ein freak ne aber ja ich könnte mal bei bürste vorbeischauen da sind auch aktuelle neue videos da habe ich heute erst wieder eins hochgeladen architektur läuft da und noch vieles mehr das play kann man schauen wenn er mehr von mir sehen wollt also kommentar lassen und wir sehen uns dann vielleicht in ein paar tagen